Sie lieben den Effekt von matten Überlacken? Auch bei Shellac möchten Sie darauf nicht verzichten. Wir zeigen Ihnen, wie leicht es ist. Diese Produkte benötigen Sie bei dieser kleinen Nailart. Nachdem Sie eine Schicht CND Shellac Base Coat gearbeitet haben, die 10 Sekunden in der CND UV-Lampe gehärtet wurde, lackieren Sie zwei Schichten CND Shellac Black Pool. Bitte jeweils zwei Minuten in der Lampe härten. Anschließend lackieren Sie eine dünne Schicht CND Top Coat, die ebenfalls zwei Minuten in der CND UV-Lampe gehärtet wird. Anschließend den Nagel reinigen. Mit der grünen Seite des CND Glossing Blocks mattieren Sie die Nägel. Sie brauchen zwar keine Angst zu haben, dass Sie Farbe entfernen, trotzdem sollten Sie dies mit Bedacht tun. Nun können Sie mit CND Shellac Top Coat Glanzeffekte setzen. Wir haben uns für einen glänzenden Rahmen entschieden, aber auch Punkte, die mit einem Dotting Tool aufgetragen werden, sind eine Möglichkeit. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Korrigieren können Sie zwischendurch mit einem Gelpinsel. Wir haben Ihnen Lust auf mehr gemacht? Besuchen Sie unsere Creative Academy Seite. Wir freuen uns auf Sie!